So, da sind wir wieder. Hallo. Wir sind auf der Caravan live in Freiburg. Das ist eine Wohnmobilmesse, eine kleine feine Wohnmobilmesse und da ist ein Fan-Fan-Camp, also ein YouTuber-Camp oder ein Blogger-Camp. Und da sind wir Teilnehmer. Darüber berichten wir natürlich auch noch mit einem Video. Aber jetzt zeigen wir euch erstmal einen Vortrag, den wir gestern gehalten haben. Denn wir halten hier auf der Caravan-Messe am Vortrags-Podium zwei Vorträge. Der andere, der kommt morgen, der wird live mitgeschnitten. Und den, den wir gestern gehalten haben, den seht ihr jetzt gleich im Anschluss. Ja, also wenn euch das interessiert, bleibt einfach dran und viel Spaß dabei. Coole Sache. Hätte ich echt nicht damit gerechnet. Wahnsinn. Es freut mich echt mega, dass ihr alle gekommen seid und so tolle YouTuber, Blogger, Reiser, Camper hier zuhören möchtet. Echt cool. Ursi und Helle. Es ist mir echt eine Ehre, dass ihr hier seid. Echt cool. Ich habe ja übrigens alle, die hier auf dem Camp stehen, kommen ja eingeladen, weil das alles so ein bisschen so die YouTube-Channels sind, die ich selber auch persönlich verfolge und auch alle sympathisch sind. Alle haben eine eigene Story, alle haben ein eigenes Fahrzeug und eine andere Geschichte dahinter und das ist echt cool. Ja, liebe Ursi, lieber Helle. Willkommen auf dem Wendfangcamp. Willkommen auf der Caravan live. Erstmal, ne? Ja, vielen Dank und willkommen auf euch allen hier. Erzählt mal, Mensch, wie lange, wie lange campt ihr denn? Du seid ja schon ewig campbar. Wie lange, seit wann campt ihr denn? Also ich bin das erste Mal unterwegs gewesen, 2000, äh, nee, 1997. Weil ich das erste Mal mit einem Bogen bin unterwegs. Und mit der Ursi bin ich unterwegs seit 2008. Angefangen mit, ich habe sowas geguckt, wer ist da. So was habe ich da? Ja, auch mit dem Chefsguck. Für mich ist das ja schon absoluter Luxus, ne? Aber ihr habt natürlich nochmal draufgelegt, ihr habt mit einem schönen Hümer. Wir haben ja auch das Alter dazu. Ja, gut. Ihr habt es verdient, sage ich jetzt einfach mal. Hört sich besser an. Wir haben es verdient, definitiv, definitiv. Wir räumen uns einfach ein bisschen gemütlicher an, ja. Ja, ihr habt es natürlich mega gemütlich, absolut. Wie findet ihr denn die Messe? Das campt. Super, also wir finden, wir haben uns schon gestern ein bisschen geschaut. Es ist eine sehr schöne Auswahl an Fahrzeugen da. Auch die Vorellos haben uns angeschaut. Oh, Vorello. Da schau die Ursi mal gleich weg. Die Ursi, die zündete im Kopf. Nein, nein, wir bleiben gerne bei uns am Rüsten. Vorerst, ja. Na, da bahnt sich doch irgendwas an, habe ich so das Gefühl. Also lieber, wenn dann ein Verkäufer ist von Morello, kommt mal bitte einer vor. Nein, nein, es dauert schon noch ein bisschen. Hier riecht es nach dem Geschäft, würde ich sagen. Aber, äh, Themawechsel, ne? Themawechsel. Ihr seid heute hier, um mal ein bisschen zu präsentieren über euer Campingverhalten, über Wohnmobil. Ihr habt auch schon sechs Monate im Wohnmobil gelebt, ne? Drei. Drei Monate, ich muss immer alles übertreiben, ist ja klar, kennt man, ne? Aber, ähm, immerhin drei Monate und, äh, da bin ich echt mal gespannt, was ihr da berichtet, ne? Ja, wie waren das, drei Monate auf so engstem Raum? Schwierig. Macht man nie mehr. Nein, es ging ganz gut, man muss sich natürlich... Oh, Sie meinen das Mikrofon bisschen näher? So? Ja, ganz drücken, ganz nah ran. Also es ging ganz gut bei den drei Monaten, man muss sich natürlich schon ein bisschen einschränken, und ein paar Regeln müssen da natürlich auch gelten. Toleranz braucht man, ja. Ja, also ich sag nur Schuhe, die dauernd im Weg liegen, über die man stolpert. Ich sag immer, bitte etwas toleranter sein, kann ich eher so ordentlich sein wie du? Aber wir haben uns da gut arrangieren können, und es ging ganz gut. Welche Tipps würdet ihr mir denn geben, wenn ich jetzt sagen würde, und ich möchte jetzt mal die nächsten drei Monate mit der Andrea im Wohnmobil leben? Wie viel unterwegs sein? Ja, einfach viel unterwegs sein. Bei uns war es halt einfach so, wir waren ja zwischen Januar und Ostern, waren wir notgedrungen im Wohnmobil, und wir konnten nicht auf Reisen gehen, weil wir einfach da Termine hatten, und von daher war das halt alles etwas schwierig, denn sonst hätte man gesagt, ach, fahren wir einfach Richtung Süden oder sonst irgendwo hin. Und das war halt leider nicht möglich, also wir waren hier natürlich angewiesen auf alles, und im Januar sind halt dann doch diese Campingplätze, Stellplätze, sind sehr viel geschlossen, und für mich war dann immer, wo bekommen wir eigentlich jetzt unser Wasser her? Ja, also für mich war das immer so, diese Frage, die sich natürlich dann nicht stellt, wenn man unterwegs ist, wenn man auf Reisen ist, dann ist diese Frage natürlich nicht. Also von mir war der Eindruck etwas anders, aber das ist so, ja, die, wo sie halt immer nicht bedenken wurden, ich hab die Lösung mit, ja. Also das Wasser haben wir eigentlich immer hergegeben, wir mussten nur ein bisschen improvisieren, also zum Beispiel an einer Autobahnradstelle haben wir auch Wasser getan, ja. Es ging dann, schlussendlich haben wir immer gut Wasser gehabt, ins Ausland konnten wir nicht fahren, weil wir ja in eine Wohnung einziehen wollten, die noch nicht fertig gewesen ist, und so gab es noch Korrespondenz, und wir mussten auch öfters mal vor Ort sein, deswegen sind wir nur in Deutschland und auch im Umkreis von Baden-Württemberg, mehr oder weniger unterwegs, wir sind kurz vor allem in der Schweiz, glaube ich, ja. Aber wir mussten natürlich nach Spanien, normal wäre man nach Freiburg oder nach Spanien fahren, aber das wollten wir nicht bringen in unserer neuen Wohnung, und schlussendlich waren wir auch so, um die Zeit vorbei, wo wir können aus unserer Perspektive und für die, die nur sagen, ein fester Wohnsitz ist schon schöner als ein tolles Wohnmobil. Ja, ich würde sagen, ich höre jetzt mal auf zu den Labern hier, und ihr habt jetzt eine tolle Präsentation mitgebracht, auf die die ganzen Leute jetzt schon warten hier, und ich würde sagen, ich verlasse jetzt mal hier die Bühne und dann auf geht's. Aber jetzt aber zuerst für die zwei nochmal einen Applaus, dass sie hier sind. Also vielen Dank nochmal, dass ihr alle gekommen seid. Wir haben drei Themen, Schwerpunkt, die wir uns vorbereitet, das haben wir ja auch schon vorher auf Facebook angekündigt und ich glaube auch auf Instagram. Das erste Punkt ist Dieselverbot, Zukunft des Wohnmoreisens. Da waren wir extra bei Hersteller, haben wir uns kultig gemacht. Der zweite Punkt war Fanlife, man spricht ja allgemein von Fanlife, gerade wenn jemand mit dem Kastenwagen unterwegs ist. Was ist Fanlife aus unserer Sicht? Und geht sowas überhaupt mit einem 8-Meter-Wohnmobil? Und dann als drittes und als Hauptpunkt haben wir uns ein bisschen vorbereitet auf sinnvolles Zubehör beim Wohnmobilkauf. Und beginnen wollen wir mit dem ersten und kürzesten Punkt, die Zukunft des Wohnmoreisens. Dieselverbot ist angesagt oder ist in der Schwede. Wir waren bei Herstellern, haben uns erkundigt, wie sie damit umgehen, mit ihren teuren Wohnmobilen, die sie verkaufen. Und es wird ja schon politisch diskutiert, ob man nicht irgendwann komplett Dieselverbot oder Verbrennungsmotor verbietet. Die Hersteller machen sich darüber so gut wie keine Gedanken, komischerweise. Wir sind immer auf die Fahrzeughersteller verwiesen worden, also auf Fiat, Iveco oder Teilen der Pels. Von denen haben wir gar nicht weiter recherchiert. Aber die Wohnmobilhersteller machen sich da offensichtlich keine Sorge. Also wenn ihr hier wissen wollt, wie die Zukunft aussieht, falls es überhaupt schon konkrete Pläne gibt. Denn die Elektromobilität ist sicherlich für Wohnmobile nicht geeignet. Falls ihr das Einfluss habt, dann müsst ihr euch an die Fahrzeughersteller von dem Antrieb wenden und nicht an die Aufbauförderung. Damit ist auch dieser Punkt schon erledigt. Das war das Technische. Jetzt kommt das, was dir gefällt, das Fanlife auf 8 Metern. Fanlife sieht so aus, schöne Stellplätze. Jetzt muss man mal sagen, was versteht man unter Fanlife? Also wir verstehen unter Fanlife, dass man einfach irgendwo hinfahren kann, wo es einem gefällt, wo man stehen kann, wo man bleiben kann, wo man sich die Gegend anschauen kann. Das verstehen wir eigentlich unter Fanlife. Also nicht nur von Fempingplatz zu Fempingplatz, sondern einfach, wer hin, wer weht. Und das ist für uns dieses Fanlife. Schnell ankommen, wenn es möglich ist, Liegestühle raus, sich ein bisschen außen hinsetzen, manche auch noch grillen, was wir ja weniger tun. Aber Fanlife ist einfach einzig in der Natur stehen, ankommen und schnell wieder abreißen können, wenn man das so möchte. Kein vorgegebener Stellplatz, wo man erst das lange Anwendeprozedere etc. verklaufen muss. Fanlife findet man hier zum Beispiel auf 3.000 Metern Höhe in der Schweiz. Das ist jetzt hier am... Vorkapass. Ja. Ja, das findet man aber auch an der Friedhofsmauer. Das sehen wir hier. Ja, da kann man auch wunderbar stehen. Das sind ganz tolle Plätze oftmals. Man kann aber auch mal die Marquise rauslassen. Das ist hier bei Schaffhausen ein Bild. Und da sieht man, da sind wir sogar aufgepoppt. Also das fließt sich nicht unbedingt aus, wenn wir beide sehr schwarz-preis sind. Also wir poppen so gut wie nie auf, auch wenn dann die Tasse ein bisschen haltvoll ist. Ja. Da haben wir jetzt auch die Marquise ausgefahren. Und dann ist für uns wichtig, dass wir zu unseren Fahrrädern können. Hier stehen wir an einem Waldrand, an einem ganz normalen Stellplatz. Also Fanlife, wie da, wo es nicht verboten ist. Da darf man in der Regel auch stehen. Und wenn man sich anständig benimmt, wir sind noch nie von der Polizei geweckt worden oder weggeschickt worden. Aber wir stellen uns auch nicht dahin, wo es heißt, dass wir das Kempten verboten oder für Immobilien nicht erlaubt. Ja, außerdem nehmen wir unseren Müll prinzipiell immer wieder mit. Ja, weil, also man kommt manchmal auch an Stellen, da war der Müll schon da. Und das finden wir natürlich auch nicht so toll. Und dann ist es eigentlich nur eine Frage der Zeit, dass es dann heißt, Immobilien verboten. Und das wollen wir natürlich alle nicht. Denn das ist ja eigentlich das Schöne, also auf jeden Fall für uns. Wir können einfach irgendwo hinfahren, wo es einfach schön ist. Für uns schön ist. Ja, wir haben auch jetzt hier einen Vortrag von Markus, von Fan4Fan, der auch unten bei unserem Camp steht, gehört. Und der hat über Fanlife gesprochen, wie toll Fanlife ist und wie schnell und flexibel man mit dem Kastenwagen ist. Da haben wir uns beide angeschaut und gesagt, wir machen eigentlich mit unseren 7,50 Meter Fuhmobil genau das gleiche. Ja, kann man ja auch. Also, wir kommen fast überall hin, wo auch ein Kastenwagen hinkommt. Oder wie heißt es so schön, wo ein Müllauto hinkommt, kommen wir hier auch hin. Ja, und da sieht man jetzt ja hier nochmal ein Bild. Und schon sind wir beim nächsten Punkt. Das war das, was wir zum Fanlife sagen wollten. Also, ihr braucht keine Sorge machen. Man kann auch Freiheitsgefühl haben auf 8 Wädern. Kauft euch ein richtig bequemes Wohnmobil. Ein Kasten ist zwar für jüngere Leute, vielleicht auch, vielleicht auch für ältere. Ich weiß es nicht. Für uns auch fehlt man nicht mehr. Das sagt immer so viel, was sich drin wohlfühlt. So ist das Fahrzeug richtig. Genau. So, jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Und da seht ihr schon ein Zubehörteil. Ein für uns sehr wichtiges Zubehörteil. Und wir wollen euch ein bisschen Auskunft zum Zubehör von Wohnmobil aus unserer Sicht mitteilen. Also, was man eigentlich für das autark Stehen vielleicht benötigt. Ja. Damit man ein bisschen unabhängig ist. Und ja, das haben wir ziemlich aufgerüstert. Und aus unserer Sicht ist das sinnvoll. Wir waren bei einigen Herstellern und haben ihnen ein paar offene Fragen gestellt. Zum Beispiel haben wir ihnen die Frage gestellt, warum ist eine Solaranlage, die ich beim Neukauf eines Wohnmobils mitbestelle, teurer, als wenn ich dann zu einem Ausbauer gehe, der sich nachträglich drauf baut. Und haben da sehr ausweichende Antworten bekommen. Unser Schluss ist einfach der, ein Wohnmobil nackt zu kaufen. Es gibt ganz wenige Hersteller, die eine Komplettlösung anbieten. Die meisten Hersteller bieten ein nacktes Wohnmobil zum Kauf an. Und dann muss man für 30 bis 50 Prozent nochmal kalkulieren, dass man sich einen sinnvollen Zubehör dazu zulegen sollte. Und dieses Zubehör ist in der Regel etwas hochpreisiger, obwohl es nicht besser ist, als es bei einem Zusatzausbauer der Fall ist. Wir gehen davon aus, und so ist unser Rückschluss, den wir daraus gezogen haben, denn es hat jedes Wohnmobil seinen Verhandlungsspielraum. Umso mehr die Ausstattungsliste, umso umfangreicher die Ausstattungsliste, umso größer auch der Verhandlungsspielraum. Ich würde mich da, wenn ich heute wieder ein Wohnmobil kaufe, diesbezüglich genau Schluss machen und dann auch mal hart entsprechend verhandeln. Verhandlungsspielraum gibt es überall. So viel vorweg. Hier haben wir eine Solaranlage und wir haben unser Wohnmobil auch mit einer 200-Quatt-Solaranlage gekauft, weshalb nämlich die Paneels, die ganz hinten drauf sind, und haben festgestellt, dass 200-Quatt zwar ganz okay ist, wenn die Sonne scheint, aber wenn dann die Nacht kommt oder wenn es mal regnet, dann langt es hinten und vorne nicht aus, dann kommt nicht mehr in die Patrie rein. Jetzt ist bei uns noch die spezielle Situation, dass wir einen Computer haben, zwei Handys haben, Tablets haben und dass wir auch öfters mal an Regentagen gestanden sind und gerade an Regentagen nutzen wir dann diese Tablets und Notebook noch intensiver. Wir haben festgestellt, dass langt es nicht. Wir haben uns dann nochmal jetzt 300-Quatt oben drauf packen lassen, so dass wir jetzt mit 500-Quatt-Solaranlage ausgestaltet sind. Wir können sagen, das ist eine sehr gute Ausstattung. Ja, gerade wenn man natürlich viel autark stehen möchte. Wenn man auf einem Fankingplatz steht oder auf einem Stellplatz, da kann man ja in der Regel dann den Strom von da beziehen, aber wenn man einfach autark sein möchte, dann geht es sich jetzt natürlich an, mehr Strom selbst zu regenerieren. Also unser Tipp, wenn ihr einen Wohnenblick kauft und eine Solaranlage drauf packt, dann macht es gleich richtig. Ist nicht wesentlich teurer, ob ihr 500 Watt oder 200 Watt habt, das ist nicht der doppelte Preis, das ist vielleicht der Tipp zu teurer, aber ihr seid dankbar an Daten, an denen es regnet, an denen es bewirkt ist oder auch mal, wenn ihr unter einem Baum steht. So, und dann haben wir schon das Nächste, was man natürlich benötigt, wie wir unseren Kusten, unser Mobil gekauft haben. Da gab es noch diese Geldbatterien, von Lithiumbatterien hat damals noch keiner gesprochen und als sie dann gekommen sind und wir erfahren haben, was eine Lithiumbatterie für Vorteile bringt, haben wir uns auch die einbauen lassen, obwohl unsere Geldbatterien, wir haben drei Stück davon noch gut in Schuss waren, haben wir trotzdem gleich die Geldbatterien entsorgt und haben diese 180 Amperestunden Batterie eingebaut und sind damit sehr zufrieden. Die lässt sich auch tief entladen, also die hat damit kein Problem, die speichert auch den Strom viel besser. Und dann der Solaranlage ist die so gut wie immer voll, außer Regenlage hintereinander, dann kriegen wir auch Schwierigkeiten damit. Deswegen ist auch unser Tipp, wenn man den Platz zur Verfügung hat und wenn man auch das Geld dafür aufwenden möchte, dann würden wir heute auch eine doppelte Kapazität nehmen, statt 180 Amperestunden und 360 Amperestunden. Aber mit 180 Amperestunden und 500 Watt Solaranlage kommen wir elektronisch sehr, sehr gut zurück. So, dann haben wir das Nächste, was natürlich auch dazugehört, das ist ein Ladebooster, das ist dieses kleine Gerät, das ist gleichzeitig Laderegler für die Solaranlage, und baut alles, der Fachmann ein, braucht man sich nicht auskennen, ich kenne mich selber denn aus, ja. Vielleicht die meisten von Euch besser als Sie, aber ich kann es zumindest benutzen. Ladebooster hat den Vorteil, dass er die Batterie wirklich schnell auflädt, denn so habe ich mir das erklären lassen, die modernen Lichtmaschinen von den Geräten, die laden die Batterie und fahren immer richtig auf, bis wir zu einem Ladebooster, da geht es dann, wenn man den Parkplatz wieder fährt, werden die Batterie relativ zügig geladen. Dann haben wir uns einbauen lassen, eine Gastankanlage, das sieht man da unten, das ist natürlich ein zweischneidiges Schwert, denn es heißt, in den Gasflaschen, das Gas ist wesentlich sauberer, als das, was in eine Tankanlage reingeht. War mir auch nicht bewusst, dass wir uns den Gastank einbauen lassen, ich habe das dann erst im Nachhinein erfahren, dass ein LPG-Gas, wie man es an den Tankstellen bekommt, etwas verunreinigt ist, weil das Schmiermittel einfach vorhanden sind und von der Firma Truma habe ich mich aufklären lassen, dass mittlerweile auch die Gasflaschen diese Verbundreinigung mit sich bringen, weil viele Leute, nicht erlaubtermaßlich dazu sagen, diese Gasflaschen selbst nochmals befüllen. Und dadurch also mit LPG-Gas, da sind Schmiermittel drinnen, die auch für den Motor zugänglich sind, aber das sind einfach etwas Schmutzungen und die können unter Umständen bei der Alteheizung oder auch bei der Truma-Heizung oder beim Kühlschrank zu Verstopfungen führen. Es gibt deswegen zwei Filtersysteme, es gibt zwei Filtersysteme, die wir beim Dekredanten einsetzen, der wohl etwas die Schmierstoffzuführung stoppt. Und dann gibt es noch ein zweites Filtersystem, was man bei jeder Gasprüfung wechseln lassen sollte. Also das zu dem Thema Gas-Tank ist eine sehr hilfreiche Sache. Man kann damit viel länger autark stehen als mit Gasflaschen, aber es ist licht und eingeschränkt empfehlenswert. Man muss wissen, was man sich damit ans Auto lang baut. Hier ist auch die Filzstoffanzeige, also so eine Filzstoffanzeige haben auch die Gas-Tanks. Mittlerweile gibt es das ja für die Gasflaschen auch schon. Dann haben wir hier den Kühlschrank. Es gibt zwei verschiedene Kühlschrank-Mutelle. Die empfohlen werden. Da gibt es einmal den Absauberkühlschrank und dann gibt es den Kompressorkühlschrank. Es gibt viele Hersteller, viele namhafte Hersteller, empfehlen schon immer den Kompressorkühlschrank. Allerdings hat die Firma Domenic, die hauptsächlich bei den Wohnmobilausstattern ist, die Firma Domenic hat bis jetzt noch keinen Kompressorkühlschrank angeboten und ab diesem Jahr ist das wohl ganz neu. Deswegen kann man auch bei vielen Herstellern wählen zwischen einem Kompressorkühlschrank und einem Absauberkühlschrank. Meine Empfehlung ist, macht euch kundig mit dem Kompressorkühlschrank. Der geht nicht mehr mit Gas, sondern der funktioniert mit Elektrik. Ich habe keine Erfahrung damit, aber ich habe nur sagen lassen, dass der Verbrauch der Elektrik sehr minimal ist. Der Kompressorkühlschrank hat den großen Vorteil, dass er auch bei hohen Temperaturen, also bei plus 30, 40 Grad, richtig gut durchkühlt, im Gegensatz zum Absauberkühlschrank, der im Winter und auch im Sommer wohl seine Schwächen hat. So sieht der Kühlschrank jetzt aus. Und der Fontomedic, der Kompressorkühlschrank, da schaut nicht viel anders aus. Nur da hat man dann keinen Backofen drüber, sondern da kriegt man noch eine Mikrowelle drüber, weil da gar keine Gaszuführung vorgesehen ist. Aber man kann sich auch einen Gaspack unten einbauen lassen. Ja, muss halt eine Gasleitung hingeführt werden. So, dann haben wir ein Lieblingsthema, wo wir viel geschupfen wurden, ja, der Dachfemilator. Wir haben sogar ein Video drüber gemacht und das war das erste Mal, dass wir da richtig von unseren Zuschauern geschupfen wurden, weil wir das falsch beurteilt haben. Für mich, ich habe eine Vorstellung, mir einen Dachlüfter einbauen zu lassen und habe gedacht, wenn es dann heiß draußen ist, dann bläst der Dachlüfter die Luft rein, sodass ein Luftstrom entsteht und ich fühle mich wohler. Dann habe ich das das erste Mal ausprobiert. Dann habe ich nur einen Lärm gehört, weil der nämlich furchtbar laut ist. Und ich habe überhaupt keine Luftzug gespürt. Ich muss hier dagegen schon wieder gegenüber gesessen ist. Ja, mein Platz ist halt einfach so, dass wenn ich da unter dem Ventilator dann sitze, und da muss ja immer noch ein Fenster oder irgendwas offen sein, und dann zieht das natürlich volle Pulle durch von mir immer ins Gemick. Und das fand ich natürlich sehr unangenehm. Kurzum, wir waren sehr unzufrieden damit, dann auch mit der Position, die am Anfang vorgesehen war vom Ausbauer. Und wir haben dann ein Video drüber gedreht und haben gesagt, eigentlich ist das eine sinnlose Sache. Und viele haben uns auch angeschrieben, haben uns die Vorteile dieses Dachventilators erläutert. Und heute korrigiere ich mich, sie nicht, ja. Aber ihr habt ja schon wirklich so, was immer nicht einer meint. Also meiner Meinung nach, ja. Danach widerspricht er lieber sie, ja. Meiner Meinung nach ist das eine sehr sinnvolle Sache. Und zwar, wenn man an einen Ort gestanden ist, wo die Sonne runtergebrannt hat. Und es hat im Wohnmobil und außen 30 Grad gehabt. Dann am Abend, wenn es abkühlt draußen auf 20 oder auf 15 Grad sogar. Dann ist außen die Luft sehr angenehm. Und wenn kein Wind ist, dann kann man alle Fenster im Wohnmobil aufmachen. Die 30 Grad gehen einfach nicht runter. Und da schaltet man dann diesen Ventilator ein. Und man spürt, wie die kalte Luft von außen direkt durchs Wohnmobil durchzieht. Viertel Stunde den Dachlüfter laufen lassen. Und es ist eine angenehme Temperatur. Also insoweit muss ich mich auf jeden Fall korrigieren. Und würde auf jeden Fall, wenn ihr wieder ein Wohnmobil kaufen solltet, dann würde ich wieder dafür prädieren, dass so ein Dachlüfter eingebaut wird. So, jetzt kann ich Ussi schimpfen. Also ich bin da nicht so ganz seiner Meinung. Denn wir schalten jetzt diesen Dachlüfter meistens ein, kurz bevor wir dann ins Bett gehen. Meistens bin ich zuerst im Bett und hinten nehme ich das Fenster auf. Und da merkt man wirklich, also das ist unbestritten. Man merkt richtig, wie es durchzieht. Ich ziehe mir dann halt immer so lange die Wecke über die Ohren, damit sie mich nicht rauszieht. Aber ich muss ihm da schon recht geben, der Effekt ist da. Es ist kühler, es wird kühler. Tagsüber, wenn ich direkt da dran sitze, dann ist er mir sehr unangenehm. Da brauche ich mir gar nicht einschalten. Dafür gibt es auch diese, hier seht ihr das am Bild, diese drei kleinen Lüfter, die haben wir immer dabei. Gerade der ganz kleine unten, den stelle ich mir neben meinem Laptop und erpresse mir die Luft ins Gesicht. Und es ist äußerst angenehm. Da brauche ich keinen Dachventilator. Nur zum Abkühlen am Abend, wenn es draußen kälter ist, als es im Wohnmobil ist, ist der Dachventilator eine sehr sinnvolle Sache. Ja, viele haben dann gesagt, dass man den Ventilator ja auch über die Ecke machen soll. Okay, bei Wien geht es vielleicht, bei uns geht es nicht, weil wir da nämlich ein großes Dachfenster haben. Und wir machen halt einfach beim Kochen das Dachfenster auf. Also extra deswegen brauche ich keinen Ventilator, damit da dann die Kopfgerüche und der Wasserdampf und alles nach außen sieht. So, und um das Thema Klima im Wohnmobil, also das Luftklima, ja, das zwischenmenschliche Klima machen wir, was nicht für Dachfenster heuer. Das Thema Luftklima im Wohnmobil noch abzuschließen, da gibt es natürlich noch ein Klimagerät, was der Luxus an sich ist. Aber man braucht halt bei diesem Klimagerät immer Landstrom. Und der Landstrom ist mitunter auf den Familienplätzen auch heuer. Wir haben keine Klimaanlage verbaut. Aber das muss natürlich jeder selber für sich wissen. Dann kommen wir schon zum nächsten Punkt. Da haben wir nochmal die drei Lüfter. Das sind also unsere Lieblingslüfter, die wir gerne benutzen. Und ab und zu mal auch die Dachlüfter. So, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Und da seht ihr schon eine Heckgarage. Das ist eine tolle Sache bei uns. Hat die ganz wüst ausgeschaut. Und wir mussten erst die Sachen rausräumen, bevor wir an unsere Fahrräder herangekommen sind. Dabei ist Fahrradfahren, wenn man mit dem Wohnmobil unterwegs ist, so wunderbar. Aber für mich ist einfach ganz wichtig. Ich muss schnell das Fahrrad rausholen können und ich muss es schnell wieder reinstecken können. Sonst macht es keinen Spaß. Und das sehen wir in der Mitte, haben wir hier diesen Auszug und gleich einbauen lassen. Ordnung hatten wir deswegen immer noch nicht. Denn dann liegen Stühle, alles lag krank drauf. Und da wurden wir dann angeschrieben, ob wir jetzt so eine Heckgarage haben möchten. Und die wurde uns dann eingebaut. Es gibt etliche Hersteller, die solche Heckgaragen-Modelle vertreiben. Genau an der Ecke da hinten ist die Firma Revectro. Und die hat bei uns dieses System eingebaut. Mittlerweile haben sie es perfektioniert, weil die jetzt da ganz gut am Markt positioniert sind. Aber wir müssen sagen, das ist für uns eine geniale Lösung. Herr Rossi? Ja, da muss ich aufzustellen. Endlich Ordnung in der Garage. Und das mit mir. Ja, das ist gar nicht so einfach, ja. So sieht es heraus. Das ist jetzt das Vorgängermodell. Wir haben also zwei Prototypen verbaut bekommen, um das zu besten, ob das auch alles hält. Das ist das erste Modell. Das ist ja wieder oben an den Querbalken. Aber wir sehen also, man bringt die Fahrräder gut unter. Das sind jetzt auch zwei unterschiedliche Fahrräder. Das sind nämlich noch die Bikes, die wir vorher drinnen gehabt haben. Aber diese Clubbikes, mit denen wir sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Egal, ob die Easy-Bikes oder die RSG-Bikes, mit denen sind wir gut zurecht gekommen, mit beiden. Fahren beide super. Beide gehen über die Berge hoch. Ja, ja. Das ist jetzt auch zum Bullenberg. Also wir fahren jetzt dann auf Bullen. Und wie wir da in Kehlheim hochgefahren sind, da sind wir dann die Luft rausgegangen. Trotzige Bikes. Und seitdem haben wir jetzt etwas stärker motorisierte Fahrräder dabei. So, dann, ja, da haben wir dann auch die Mobilzeilen während der Fahrt. Das sind also hier und nach unten sind wir Heckgarage und hier haben wir die Fahrräder. Ja. Wichtig ist, wenn ihr euch ein Fahrzeug kauft, ihr müsst auf das zulässige Gewicht in der Heckgarage achten. Ich weiß von der Firma Hümer, die bieten 350 Kilo von Haus auf an, Heckgaragebelastung. Man kann es sogar noch auf 450 Kilo auflasten. Aber ich weiß es auch, dass viele Firmen nur 150 Kilo zulassen und das könnte mit Untertrag werden. Worauf man natürlich auch achten muss, das ist die Hecklast. Achslast, genau. Also, diese Gewichtsprobleme haben wir ganz davon abgenommen. So, dann haben wir auch die Heckgarage-Türe. Da haben wir verschiedene Modelle. Hier ein Morello, vorbildlich. Hier haben wir einen Rapido, auch vorbildlich. Hier haben wir einen Detlefs, wunderschön. Und hier haben wir einen Hümer, der Unserer ist furchtbar. Die Firma Hümer hat es noch nicht genannt in den vielen Jahren und so, auch wie wir schon gemeckert haben. Wir haben bei denen uns schon beschwert. Immer nur 90 Grad Öffnung. Das sieht man nicht, wenn man nicht mit dem Wohnmobil unterwegs ist. Man sieht es nicht und man kann es auch nicht umbauen. Es ist nicht möglich, dass man es ein bisschen versetzt oben, weil es unten an der Stoßstange hingeht. Aber es ist jedes Mal ein Drama, wenn ich das Fahrrad in die Heckgarage muss, muss mich immer rein zwängen, um das Fahrrad hochlupfen zu können. Es macht überhaupt keinen Sinn, eine Wohnmobiltüre mit nur 90 Grad aufgehen zu lassen. Ich möchte nur darauf hinweisen, wenn jemand sich für ein Fahrzeug interessiert, macht euch gleich kundig. Und auch wenn man das nicht auf 180 Grad die Tür so wie hier verlängern kann. Carado und Zettler, die können das alle. Nur Firma Hümer, hier auch nochmal einen Hümer, die können das eben nicht. Und so könnt ihr euch freuen, wenn ihr einmal zeitlang mit dem Wohnmobil unterwegs seid. Ich habe aber noch was. Ja, ja, doch, wir haben schon da kommen, wenn es nicht so langweilig ist. Und es gibt zwei Dinge, wenn man freisteht, die richtig blöd sind. Das eine ist uns passiert in Konstanz, da waren wir mitten im Wald gestanden und haben uns ins Bett gelegt, ohne große Sorgen. Und nachts um ein Uhr ging die Alarmanlage los. Und wir standen senkrecht im Feld, das kann sich jeder von euch vorstellen. Wir haben dann alles abgesucht, außen ums Fahrzeug herum, haben nichts festgestellt, haben Alarmanlage wieder eingestellt, sind wieder eingeschlafen und nachts um drei Uhr sind wieder los. Wir wissen nicht, warum die losgegangen ist. Wir wissen aber von der Firma Zitronik, die unser Alarmanlagebauer ist, wissen wir, dass es da Fehlmeldungen gibt, wenn jemand mit Funk arbeitet in der Nähe. Also es kann auch 100 Meter weg sein. Dann löst er unter Umständen Signale aus, die einem Angriff auf die Alarmanlage interpretiert werden. Und dann löst die Alarmanlage aus. Das ist dumm. Ist uns nicht oft passiert, aber es ist passiert und es war immer unangenehm. Was der zweite Punkt ist und was wesentlich häufiger vorkommt, ist, wenn man irgendwo steht, vor allen Dingen auch natürlich einsam, dann kommen nachts Autos hergefahren. Aus ganz normalen Gründen ist dieser Hundespaziergänger oder was uns passiert ist am Lektar, da waren wir gestanden und dann sind auf einmal drei, vier Autos gekommen. Und das waren dann Angler, haben wir gesehen. Das ist ja alles nicht schlimm, aber man will wissen, was da los ist. Was kommt da auf einen zu, wenn man da alleine steht? Und da ist hinten diese Fenster sehr praktisch. Das heißt, ich lege mich dann zur Seite, ich schaue, wer nicht weiter liegt, raus. Und sehe, das sind ja nur Angler, da ist kein Problem, dann schlafe ich sofort weiter. Mittlerweile haben die Wohnmobilbauer die Angewohnheit die Fenster immer weiter nach vorne zu rücken. Das hat schon einmal damit zu tun, dass viele Wohnmobile Queens betraben. Und da ist ganz hinten weg noch ein Schluss, ein Schlamm. Es muss jeder für sich wissen. Wir sagen nicht, was optimal ist. Was für uns gut ist, ist für viele nicht gut. Aber man muss vorher darauf aufmerksam gemacht worden sein. Und das wollen wir euch sagen, achtet drauf. Wenn ihr euch ein Wohnmobil kauft, neuestes Sechstfenster, bin ich damit zu finden. Wir haben auch mit Herstellern darüber gesprochen, dass es nicht optimal platziert ist, dieses Fenster. Und wir haben die Auskunft von einigen Herstellern bekommen. Auf Kundenwunsch werden diese Fenster auch ganz nach hinten versetzt. Also das wird sich dann schon regeln, wenn man das anspricht. Dann haben wir noch die elektrischen Fensterheber im Fahrerhaus. Jeder kennt sie. Via Tocado, Pfanne elektrischer Fensterheber. Man drückt drauf und was passiert? Nichts. Weil der nämlich am Fahrerhausstrom hängt. Ich habe das bei der Firma Hümer sofort reklamiert und habe gesagt, das geht ja wohl nicht. Ich wohne in dem Wohnmobil. Ich sitze auf dem Beifahrersitz, der ja für mich ein ganz normaler Sessel ist. Auf dem Beifahrersitz. Auf dem Fahrersitz, ja. Gut. Jetzt müssen wir ja das dazu noch dabei sein. Und dann will ich das Fenster runterlassen und dann geht gar nichts mehr. Dann habe ich gesagt, das geht nicht. Das ist ein Wohnraum, das ist ein Wohnsessel. Ich will mal Fenster aufmachen können. Wenn da jemand hinkloppt, aus welchen Gründen rüber will ich mit den Sprechungen das bei Motoren lassen müssen. Dann habe ich aber Hümer mir die Ausruf gegeben, das geht nicht. Und wir haben dann ein bisschen Terror gemacht. Wir können nicht auch ablässig sein, ja. Und siehe da ist es auf einmal doch. Also, wenn ihr euch ein Fahrzeug kauft mit elektrischen Fensterhebern, fragt euren Händler. Wenn der Händler Firm ist, und auch nur dann sollt ihr der Wohnmobil verkaufen, dann baut er euch das auch um. Und so sieht es bei uns aus. Wir haben sogar noch ein zweites Teil eingebaut bekommen. Das hat dann die Firma Hümer für uns gemacht. So, und dann haben wir noch die Hubschnitzen, die automatischen. Das ist natürlich eine schöne Sache. Man steht immer in der Waage und man braucht nicht auf Keile auffahren. Ihr seht jetzt ja auch, wir fahren ab und zu mal auf Keile auf. Weil hier wäre alles nach vorne gegangen in Richtung Main. Und mit einer automatischen Hubsstützanlage hier natürlich den großen Vorteil. Erstens, dass das Wohnmobil stabil in der Waage steht. Und zum Zweiten, wenn man sich im Wohnmobil bewegt, dann bleibt es auch stehen. Wenn ich da irgendwann mal durchlaufe, dann meint man sie immer, sie ist auch beschifft. Ja, Hände steht meistens nachts irgendwann einmal auf und wenn er dann auf Toilette geht oder so, dann wackelt das ganze Fahrzeug. Ja, wir haben eine Hubschnitzenanlage, allerdings eine manuelle. Und die haben wir nur einmal ausgefahren, als wir das Fahrzeug übernommen haben. Jetzt sind wir immer zu bequem dazu. Aber eine automatische Hubsstützanlage, also macht durchaus Sinn, wenn man sich das leisten möchte. Die tun natürlich eine Luftwiederung, die wir auch nicht haben. Aber die wir uns, wenn wir uns nochmal einen Wohnmobil kaufen, sicherlich einbauen lassen. Wir sind alle schon mal im Omnibus gefahren und fahren auch im Omnibus über die Autobahn. Dann kleidet der Sarf dahin und im Wohnmobil macht Wumm, Wumm, Wumm. Ja, also es ist ein Unterschied wie da, wonach wer sowas mal gefahren hat. Der weiß auch, dass das für die Karosserie natürlich wesentlich schonender ist, mit einer Luftwiederung zu fahren, als ohne. Und dann haben wir natürlich noch DEMOMAT Sins halt zum Navigationsgerät. DEMOMAT halte ich für ganz wichtig, gerade mit einem Wohnmobil über 3,5 Tonnen, weil man einfach mit 100 auf der Autobahn dahin kleidet. Ein Low-Go Wohnmobil ohne DEMOMAT, der von 4 ist nicht der Beste, aber ich komme damit zurecht. Ja, aber er schläft sehr oft bei den Altemomaten raus. Vielleicht muss ich langsam da rummachen für das neue Wohnmobil. Sitzheizung, wenn wir jederzeit wieder kaufen und ins kalte Wohnmobil einsteigen und Sitzheizungen machen, ist wunderbar. Und ein Navigationsgerät, also da müssen wir jetzt auch sagen, wir haben mittlerweile zwei Festverbaule gehabt. Das eine war ein SEDEC, was eigentlich, wenn wir nicht sehr sonderlich zu finden waren. Und das zweite haben wir das Kenwood, das ist also deutlich besser. Das ist jetzt unten rechts. Die meisten Festverbau-Navigationsgeräte, habe ich mir sagen lassen, die verwenden die gleiche Software. Also auch Bionier, SEDEC oder wie sie sonst heißen, verwenden alle die gleiche Software von einem lukarischen Hersteller. Also wenn jemand sagt, mein Alpin ist wesentlich besser von der Navigation als dein SEDEC, dann stimmt das schlicht für mich. So die Auskunft, die ich bekommen habe. Anders sieht es aus beim Kenwood. Das ist das einzig fest installierte Navigationsgerät, was eine andere Software verwendet, nämlich die von Charmin. Und dann gibt es noch den TomTom. Und das muss ich euch ganz ehrlich sagen, ich würde mir ein Wohnmobil mit einem fest verbauten Navi nicht unbedingt mehr kaufen. Ich würde mir ein TomTom-Kemper-Navi zulegen. Das ist zwar auch nicht hundertprozentig zuverlässig, aber man hat hier erst einmal die Real-Dine-Anzeige. Ja, weil da ist eine Chipkalle oder eine Sim-Kalle hinten verbaut, sodass man die Stauspunkt genau angezeigt bekommt. Und vor allen Dingen, weil man dann auch die Landschaft besser kennt. Ja, also der Helle fährt ja meistens dann die beiden Navig-Zeiger öfters dann mal unterschiedliche Wege an. Und der Helle entscheidet sich dann meistens für das TomTom. Und das TomTom, das weiß anscheinend, dass der Helle gerne bis zur Seitenstraßen fährt, enge Straßen mit vielen Tunnels und so. Und wir fahren auch öfters mal über diese Acker, wie heißen die? Verbindungsstraßen von Acker zu Acker. Also ich wundere mich immer, wie der TomTom auf diese Straßen kommt. Also viele Fahrräder haben uns schon blöd angeschaut und viele Fahrräder fahren, weil die auf einem wieder vorgestanden sind. Aber es war immer erlaubt, ja. Ja, klar, es sind keine verbotenen Straßen. Aber ich meine eben, wir fahren einen 4,5 Tonner mit 7,50 Meter Länge. Und dann schickt uns TomTom durch diese Straßen. Und es geht aber wunderbar. Und sowas nenne ich eigentlich auch noch fällig. Ja, nur zur Information, dass man da auf der Straßenfahrt, die man sonst eigentlich gar nicht fährt. Einfach schön in der Landschaft, in der Gegend. Und ja, das war zu TomTom, oder? TomTom ist super. So, jetzt haben wir noch einen Punkt. Reifen, Sommerreifen, Winterreifen. Unsere Empfehlung für uns sind weder Sommer noch Winterreifen, wie wir jetzt im Moment drauf haben. Es ist erst einmal nervig, die ganze Wechselerei. Für mich zumindest. Und ich sehe keinen richtigen Vorteil. Wir haben da auch schon mal ein Video drüber gemacht und da haben viele geschrieben, immer Sommer und Winterreifen. Schau allein auf Sicherheitsgründen. Ich muss ganz ehrlich sagen, Sicherheitsgründe sind wirklich Allwetterreifen. Es sei denn, man fährt nicht Hochgebirge oder man fährt im Winter nach Norwegen. Das ist natürlich was anderes. Aber sonst sind es Allwetterreifen. Wir waren mit dem James Cook noch unterwegs 2008. Das war nach Ostern. Wunderbares Wetter. Ja, da hatten wir Sommerreife drauf. Weil eben war nach Ostern. Auf uns wechselt man ja eigentlich nach Ostern die Reifen. Sommerreife drauf und mehr. Und kam auch die Idee. Wir fahren dann in den Süden. Hinfahrt, kein Problem. Alle Straßen frei. Aber dann die Rückfahrt. Ja, und da hat man geschlossene Städte gegen den Altenbässe, obwohl wir dann auch die milderen Altenbässe waren, in Frankreich. Und mir ist da schon heiß und angenehm geworden. Weil ich wusste, wenn ich stehen bleibe, konnte ich nicht mehr anfahren. Es ging dann alles gut. Aber da habe ich gesehen, dass in Europa, auch wenn man nach Spanien fährt, Ganzjahresreifen eigentlich die optimale Lösung ist. Und ich verstehe viele Wohnmobilhersteller nicht, die eigentlich immer nur die Auswahl lassen, zwischen Sommerreifen und Gegenaufpreis-Winterreifen zu montieren, statt dass sie gleich Wohnmobile mit Ganzjahresreifen anbieten. Aber so ist es eben. Wir hoffen, wir konnten euch ein paar Tipps geben, aus unserer Erfahrung. Das gilt natürlich nicht für jeden. Wenn es etwas geholt wird, dann freut uns das. Ja. Ansonsten wünschen wir euch auch ein schönes Wohnmobil, dass ihr viel damit unterwegs seid, dass ihr damit viel Freude habt für uns. Es ist ein wunderbares Hobby. Wir machen das furchtbar gern. Wir sind auch viel unterwegs. Jetzt seid natürlich viel in Deutschland. Und es hat uns jetzt hier auch Spaß gemacht. Wir bedanken uns, dass ihr so zahlreich da wart. Wir hoffen, das war interessant für euch. Und bedanken uns sehr herzlich. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich glaube nach oben natürlich viel lieber. Ja, ihr zwei. Lasst ein bisschen Liebe da. Ich bin echt stolz, dass ihr seid, dass ihr hier seid. Echt. Ihr habt nochmal Auftritt? Morgen, glaube ich? Nein, am Samstag. Samstag. In diesem Sinne. Wenn ihr noch mal Lust habt auf die zwei. Geht runter ins Welfencamp. Vielleicht gibt's Kaffee da denn. Wer weiß. Der Abi steht nicht dran, der kriegt sie rüber. Ja. Ciao. Ciao ihr zwei. Bis später. Ciao. Ciao. Ciao ihr zwei. Ciao.